Und dann, du kannst auch hier weitermachen und während du das machst hier, du testest schon ein bisschen, du ziehst ein kleines bisschen, du siehst, wie viel Widerstand. Ja, genau. Und dann geht es nach oben, dann sind die Augen und Nase, die docken im Gehirn und das ist schon sehr anstrengend. Und dann nach unten und dann probierst du einfach, wenn du siehst, dass die einmal schmunt, äh, schmunt, blinze oder so. Und dann musst du auch ein bisschen, äh, wie sag ich mal, überraschen, du kannst aber auch langsam, also überraschen, wenn du jetzt schlaffst, ne, du ziehst die Hand und sagst schlaff. Oder ich kann auch zum Beispiel langsam machen, ja, und mach dir auch noch zu jetzt. Genau. Und dann sagt ja wirklich, mit kaum Berührung, einfach nur die Hand. Und wenn ich die Hand loslasse, dann schmeißt du dich noch tiefer. Ja, wir können sich auch begleiten, muss nicht gleich, bumm, einfach begleiten und dann loslassen. Aber diese Schmörterlinke ist da so, dass der Fokus ist. Ja. Dass du fokussiert bist auf etwas, wenn ich was anderes kursiere. Mhm. Genau, das könnt ihr auch mit dem Hände kreuzen, 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 ne, kreuzen, nicht, was ich habe. Also das heißt, das könnt ihr auch so machen, ja. Ja, genau so, also ich, versteht ihr? Mhm. Genau. Könnt ihr auch so machen, ne, mit der anderen Hand. Ich könnte auch mit dem Fuß nehmen, wenn ich was mache. Genau, und das, dann ist egal, ihr müsst ja gucken, also, wie ihr euch traut, ja, ziehen, oder es ist vielleicht euch ein bisschen komischer am Anfang, könnt ihr auch langsam machen. Okay, wenn du merkst, dass der andere, oder du sagst auch sagen, wenn deine Augen müde werden, folge meine Finger, wenn deine Augen müde werden, ganz von allein, du entspannst dich tief. Du machst die Augen einfach zu, wenn du nicht merkst, du machst einfach die Augen zu, du machst einfach die Augen zu, und du entspannst dich tief. Tief. So, die könnt ihr das auch suggerieren, ne. Sehr gut. So, die andere Variante noch ist diese hier. Jetzt noch, ihr macht kein Schmetterling, das ist Schmetterling ohne Schmetterling. Du schaust den Finger, und du folgst jetzt aber nicht nur mit deinem Auge, sondern deinen ganzen Kopf. Den ganzen Kopf. Den ganzen Kopf, oder? Genau. Den ganzen Kopf. Den ganzen Kopf. Den ganzen Kopf. Den ganzen Kopf. Und schlafen. Loslassen, loslassen, loslassen. Loslassen, loslassen. Loslassen. Tiefer, tiefer. Tiefer, tiefer. Das haben wir ja auch letztes Mal gehabt, sie lächelt, sie lacht immer, das ist so lustig irgendwie. Ist okay, dann einfach weiter lachen, ist alles gut. Und lach so lange, bis du tief, tief entspannt bist. Tiefer, 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 nochmal weiter, weiter, weiter. Also nicht jetzt nervös werden, wenn jemand lacht, oder weint. Bleib dir bei der Sache. Weil es geht nicht darum, dass du jetzt eine Schuhe abziehst, es geht darum, es ist einfach entspannt. Und du entspannst dich tiefer, 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 tiefer. Sehr gut. Ich zähl von 3 bis 1 mal 1, machst du die Augen auf und bist frisch und wach. Und du fühlst dich so richtig bombastisch. Du explodierst fast. 3, 2, 1. Sehr gut. 1, 2, 1. 2, 1. 12.